Hallo, ich hoffe es geht euch gut. Ihr hattet einen schönen Tag, eine schöne Woche oder habt vielleicht ein schönes Wochenende. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht. Mir geht es soweit ganz gut. Ich muss euch unbedingt was zeigen. Und zwar habe ich nochmal bei Sabrinas Budget bestellt. Ich habe bei Instagram eine Challenge von ihr gesehen und ich habe mir gedacht, die musst du haben, weil habe ich jetzt bis jetzt so in anderen Shops noch nicht gesehen. Also ich jetzt persönlich, also kann ich jetzt nur von mir sprechen. Und ich habe mir gedacht, die musst du unbedingt haben und habe mir die sofort bestellt. Und ja, ich packe die mal mit euch gemeinsam aus. Der Grobmotoriker reißt natürlich wieder hier auf. Ja, was soll ich jetzt sagen? Entschuldigung. Es soll leider irgendwie nicht sein. So. So, das kommt mal von der Seite. Ja, ich liebe es, ne? Ja, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich Sticker liebe. Und ja, finde ich immer süß mit den Brotlammern. Ich finde die irgendwie immer voll niedlich. Upp! Finde ich immer voll niedlich. Passend zu Weihnachten. Ja, dann natürlich auch ihre Karte mit allen Daten. Aber ich muss dazu sagen, ich werde euch eh alle Daten von Sabrina wieder in die Infobox packen. Dann könnt ihr gerne mal bei ihr gucken. Erstmal danke für die Stickerchen, Sabrina. Ich liebe es. Ich liebe Sticker. Genau, das ist die Challenge, die ich unbedingt haben wollte. Eine Silvester-Challenge. Wie gesagt, habe ich so bis jetzt noch nirgendwo gesehen. Ich jetzt. Und das hat mich so, also ich habe es gesehen, ich habe mir gedacht, boah, die musst du unbedingt haben. Also finde ich mega, mega cool. Ich denke, ich werde die so ungefähr ab der dritten Dezemberwoche spielen, weil ich gerne dann noch vielleicht ein oder zwei Lose im neuen Jahr direkt benutzen möchte. Ja, also ich bin mega gespannt und dann steht, öffne eins der goldenen Glückslose und spare die Quersumme. Ich meine, es stand jetzt auch nicht drin im Shop, glaube ich, wie viel es sich hier bei dreht, um was für eine Summe. Kann auch sein, dass ich das jetzt überlesen habe, wenn es da drin stehen sollte. Wenn ja, tut es mir auf jeden Fall leid. Aber ich war einfach so, also ich war so fokussiert nur noch auf dieses Spiel. Habe ich bis jetzt auch noch nicht so gehabt, muss ich sagen. Ich wollte das unbedingt haben und habe es mir sofort bestellt. Also wenn ihr so eine schöne Silvester-Challenge sucht, dann geht auf jeden Fall bei der Sabrina mal in den Shop rein und bestellt die euch. Also ich bin echt, also ich bin mega gespannt, was da wirklich für Summen rauskommen. Also ich lasse mich ja auch gerne überraschen. Aber ich habe mir natürlich auch gedacht, auf einem Bein kann man ja auch bekanntlich nicht stehen. Ich zeige euch gleich die Lose. Dann habe ich mir noch eine Flamingo-Tombola bestellt. Die ist auch neu bei ihr. Ja, finde ich auch mega, mega cool. Und dafür, genau, für die Tombola habe ich hier die bunten Lose. Und die, das sind die für die Silvester-Challenge. Aber ich denke mal, das habt ihr euch wahrscheinlich schon selber denken können. Und ja, wie gesagt, die habe ich mir auch direkt geholt. Finde ich aber auch mega süß, ne. Ist jetzt nicht, also ich gucke manchmal gerne nach, ob da Tracker drauf ist oder nicht. Wenn nicht, ist das jetzt auch nicht schlimm. Ist ja auch kein Muss, ne. Aber auch mega, mega, mega cool. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, hm, auf einem Bein geht ja nicht, guckst du noch mal nach. Und ich fand die auch mega, mega cool. Und die hat die auch noch relativ neu drin. Also wenn ihr jetzt so Flamingos, wenn das jetzt so voll euers ist, dann wie gesagt, geht gerne mal bei der Sabrina gucken. Und was habe ich hier? Och, guckt mal, voll süß. Ein Goodie, danke schön. Ah, da muss ich hier würfeln. Und dann, wenn ich eine Reihe voll habe, dann darf ich aufhubbeln. Ja, auch mega. Also finde ich mega toll, Sabrina. Ich denke, die wird dann so zum Frühjahr hin in meinem Bein da landen. Also ich plane schon so halbwegs, welche Challenge ich wann benutze. Ja, mega schön. Ach ja. Ja, würfeln, rubbeln und lose. Das ist so total meins. Also das kristallisiert sich immer mehr raus. Und ich glaube, wenn ihr so meine Videos verfolgt habt, dann, ja. Ja, das lässt sich leider nicht abstreiten. Ja, auf jeden Fall wisst ihr Bescheid. Wenn ihr halt noch eine schöne Challenge für Silvester sucht, auf jeden Fall bei Sabrina rein. Also wie gesagt, ich finde die mega, mega schön. Und, ja, wird natürlich auch bespielt. Und werdet ihr dann auch definitiv in eins meiner Sparspiele-Videos dann sehen. Ja, und Sabrina, danke, dass du uns das auch so super fix geschickt hast. Das muss ich ja auch mal erwähnen. Das ging wirklich so schnell. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Stickers und das Goodie. Ich habe mich total gefreut. Ja, und euch und auch dir und allen, die mein Video sehen, wünsche ich natürlich noch einen ganz schönen Tag. Eine ganz schöne Woche oder ein ganz schönes Wochenende. Je nachdem, wann du das halt siehst. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye!